Ali, hallo, meine lieben Freunde, willkommen zur nächsten Folge von OneTown, zusammen mit Bima, Jo, BlueClip, Hola, chicas, chikos, und Franky. Hallo, meine Härfchen. Äh, das sind meine Bücher. So. Ich hab meine Kohle weggepackt. Ach ja, hab ich schon. Hast du das alles, was du brauchst? Noch nicht, ich hab ja schnell alles in die Kisten geschmissen, dass ich schon mal ein leeres Inventar hab und nicht mehr so viel. Ich hab für drei hat's. Okay, ähm, ich hab, wer will, ich hab einmal Bücher. Bring einfach alle Bücher zu mir. Hast du, hast du Wertlevel? 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 Ich hab vier Level. Ich hab 25. BlueClip, hast du mir gefallen? 25. Woll überzeugend. Was soll ich denn jetzt für einen Fallentun? Du müsstest, ich hab kein Level mehr, weil ich grad auf dem Buch was verzaubert hab. Du müsstest auf diese Schwertplünderung drauf tun, ich hab das Buch da. Dafür kannst du dich entscheiden, was für ein Buch du haben willst. Verbrennung 1, Schärfe 2, Schärfe 3, Schärfe 3, Schlag 1, mit Rückstoß 2, oder Effizienz 4. Ich hab gute Bücher selber verzaubert. Kann ich, kannst du mir bitte das hier verzaubern? Wie gesagt, bring einfach dann die Bücher zu mir. Okay. Ich hab hier auch, sieh keiner aus der Stadt. Ah, BlueClip, ja stimmt, Slashhome. Ich wollte dir ein Glück hier, bist du ge- Bitte God Mode, oder was? Zoom, ist er hinten. Gut, ne? Du bist der Hammer, Junge. Weiß. Irgendwo Bücher, Mann. Ne, ich hab schon, äh, das hab ich selber. Ja, warte, ich hab, äh, Bücher da. Sehr gut. Gut, aber Quatsch, guck mal, wo die waren. Ich hab Schatz 2, Effizienz 1, Schuss sicher 4 und Stärke 4. Brauchst du Effizienz 4 plus Rückschluss 2 plus Stärke 4? Oder eher Schärfe 3 plus Schlag 1 plus Rückschick 2? Eine Frage. Oder willst du auch Verbrennung haben? Das ist egal, gib her, dein Schwert. Ja, bitte. Ab wann ist nochmal, ähm, ab wann könnte man die Plünderungsverzauberung kriegen? Ab welchem Level? Hier, plus Plünderung, diese 2 draufhauen. Toll, ich drück die ganze Zeit eh. Ja, dann hören die zu. Ab welche Plünderung kannst du eigentlich immer draufhauen? Auch mit Level 4 zum Beispiel. 21 Level. Au, Banan. Ey, du machst mich fertig. Danke. Hier, für dich, bleib, 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 hier, für dich, weil du, weil du, weil du, ja, weil du gut schmeißt. Weil, legen, iso. Weil du lecker schmeckst. Ach ja. Das ist für dich. Die Bücher. Danke. Und du willst auch Verbrennung haben. Na, na, ist okay. Nö, nö, nö. Behalt mal deinen Scheiß. Ja, oh, will ich nicht. So, dann geh ich mal zu Franky, a.k.a. MyFranky. MyFranky. MyFranky, yay. Wie MySpace plus MyFranky. Schau mal, die beste Werbung ever. Aber ich habe keine Plünderung, das regt mich voll auf. Ich habe Plünderung. Hier, Frankie, für dich. Einmal das und einmal das. Ey, das ist aber keine Plünderung. Ich habe doch gesagt, ich habe nur eine Plünderung und das tue ich mir drauf. Ich weiß doch. Ach ja. Ja, dann gut. Ähm. Ja, mein Diamantschwert sollte noch ausreichen. Hälfte. Ach, ist lang genug. Ich gehe auch nicht extra... Habe ich... Ach, genau. Ich bin echt schlau, einfach nur. Wollte gerade noch sagen, ja, ich gehe auch extra nicht mit meiner Diamantrüstung los und habe sie einfach noch im Inventar. Wieso hast du deine Diamantschwert nicht dabei? Warum? Weil ich nicht die komplette Rüstung habe und dann... Ne, sehe ich gar nicht ein. Ne, sehe ich gar nicht ein. Ich habe Haltbarkeit, Schutz, Väter, Fall habe ich zum Beispiel in den Schuhen. Ja, ich mache mir jetzt erstmal so richtig overpowerte Bücher. Da mache ich mir eine neue, komplett frische Diamantrüstung und haue das dann alles drauf. Von vor allem frisch. Ja, und... Frisch vom Smeade. Ah. Und reinspringen. Und nein, er ist gesprungen. Aber jetzt kannst du mal gucken, wie schön ich den Netafestungsweg gemacht habe. Ja, warte mal, ich muss aber in Never immer den Shader rauszuholen, weil es einfach viel zu dunkel ist. Ich habe halt noch keine Schilder hingemacht, weil ich nicht eingesehen habe. Ist ja kein Thema. Was ihr könnt. Bilder hinzumachen. So. Hast du genug essen? Weil dann springe ich durch. Ja, also ich habe genug essen. Ich habe ein ganzes Deck essen dabei. Oh, Spamman, 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 Spamman. So, ne, warte, schimpfen wir nicht heute wieder? Ich habe zu wenig genommen. So. Oh, warte, ich muss was essen. Warte, warte, warte. Ja, aber du kannst ja auch während des Laufens essen. Ne. Wolltest du stehen? Ne, ich habe auch gegessen. Ja, klar. Geht das. Logisch. Sicher? Ja. Also, hier habe ich noch nicht ganz fertig gebaut, weil ich eigentlich noch so ein Decken-Dingsi haben wollte. Ich habe es aber dann gelassen. Im Decke. Ist dir kalt? Decken-Dingsi. Ach so. So. Dann zoome ich mal ein bisschen weiter rein, dass ich auch erkennen, wo was ist. Bleibst du doch mal stehen, Junge? Ne, ne. Du siehst mich da auch noch mal ist. Ja, ja, trotzdem sollst... Trotzdem sollst du stehen bleiben. Ja, ich bleibe schon stehen. Chill doch. Ja, ja, und läuft weiter. Ja, ich laufe zurück. Nacht. Duhuhu. Ne, ich komme von der anderen Seite, Junge. Geh wieder zurück. Da unten bist du ja. Hi. Wir uns einfach im Kreis bewegen. Ring, ring. Ring, Ring, Ringelpitz mit anfassen. Oh Gott, von gestern noch. Ah. Da lang. Gestern angefasst. Ah, habt ihr das gemacht? Und wie war's? Hier rein. Zum anfassen. Oh yeah, das sieht ja geil aus. Ring, Ringelpitz mit anfassen. Jetzt hier rüber. Hier hoch. Geh lang. Hier rüber, hier hoch, da rüber, hier hoch. Und jetzt wieder runter. Ernsthaft? Du bist wie jetzt verarscht, Junge. Ne. Ich bin diesen... Oh mein Gott, Jenny. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Liebst du noch? Nein. Ja. Ich bin jetzt ein Geisteraffe. Geisteraffe. Ich wusste, das geht in irgendeine Richtung, aber ich wusste nicht mehr in welche. Läuft einfach kreuz und quer. Man kann ja auch an der Treppe vorbei, ne? Ich vergesse das jedes Mal. Aber da geht's auch nicht lang. Okay, jetzt werde ich dich das nächste Mal skalipieren. Ich werde dich vier teilen, ich werde dich zerstören. Hm. Ja, warum muss ich eigentlich vorlaufen? Ja, weil du hast gesagt, du kennst dich hier aus. Ich hab gesagt, ich weiß, wo die Festung ist. Ne, ich hab gesagt, jetzt kann ich dir den Weg zur Festung zeigen. Mehr hab ich dazu auch noch nicht gesagt. Ne, ne, aber offline. Hey, so, wenn du offline hast, du gesagt, ey, du bist voll babbo. Nein, komm, wir gehen jetzt hoch. Wir gehen jetzt hoch. Komm mit. Geh doch hin. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Irgendwo. Ich will eigentlich nicht nach unten, aber ich gehe trotzdem. Manchmal funktioniert das ja hier mit dem Holzhacken nicht so ganz, gell? Ab und zu mal. Ja, dann leckt's wieder und dann funktioniert's tatsächlich nicht mehr. Oh, so, so. Ich hab nicht genug Zeug, um mich da hochzubauen, aber ich hab ein Nitter-Skelett gefunden. Never-Skelett. Wenn du das empfindest. Will-Skelett, oh, Entschuldigung. So, machen wir das einfach mal hoch. Au, au! Wenn du mitten in den Weg reinläufst, na? Du musst dich nicht wundern. Ne, Flo? Mitten im Weg reinlaufen und einmal erschießen. Kann ich irgendwo her. Schießen. Im Sprung habt ihr mich erwischt, ey. Hoppala. Ich wollte eigentlich einen Bären erschießen. Eigentlich. 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 Aber dann war's doch zu verlockend. Ernsthaft, das jetzt despawn? Oh, Mann! Ah, Frau! Ja, wo waren die andere Festungen? Mir fällt das gar nicht mehr ein. Wir laufen am besten da lang. Wo lang? Hä, wer schießt? Ach so, du. Glaubst du jetzt, du bist Bobo-Bobo-Bobo-King oder was? Ah, ich hab mich anscheinend... Irgendjemand hat sich hier durchgebuddelt anscheinend. Nee, da geh ich nicht lang... Oh! Boah! Puh! Was hast du denn? Ich bin einfach den Weg lang gelaufen und wäre fast in den Lava reingesprungen. Ja, wir können doch gucken, pass auf! Ja, hier geht's runter. Hey, komm, da geht's runter, ey, Lava! Ey, Lava nicht! So, ich... Ich geh jetzt einfach mal dahin, wo ich eigentlich ganz am Anfang hin wollte. Na, geh da einfach hin. Geh doch, geh doch, komm, immer wieder, geh doch, geh doch, komm... Nein. Geh doch zu Hause. Ja, nie willst du mal richtig was arbeiten? Ich... Arbeiten, Junge, ich arbeite die ganze Zeit schon. Ja, aber willst du mal richtig arbeiten? Nein. Entfernen mal von... Warte, warte, warte. Wir gehen jetzt erstmal dahin und dann zeig ich dir, was du machen musst. Ich mach gar nichts, Junge! Doch, doch. Geh dich rasieren, nur auf nackte Menschen höre ich. Selbst wenn ich mich rasier, bin ich trotzdem noch kein Mensch. Ha, ha. Hä, wo war denn das? Das ist doch nicht die... Du läufst jetzt fünfmal im Kreis! Ja, aber das war auch nicht die Festung... Ah, okay, da war keine Lava. Hä, wo war das? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Das ist auch nicht die Festung, wo wir immer waren. Sicher? Alter! Ah, okay, ich erinnere mich wieder, ich erinnere mich wieder. Jetzt, jetzt läuft der... Weißt du, jetzt, jetzt, vorhin ist er richtig gelaufen, jetzt nicht mehr. Bleibst du jetzt mal stehen, Kelle? Kelle. 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 Ich hab jetzt einen Suppenkelle. Nein! Ich hab gesagt, Kelle. Ich glaube, wir müssen hier lang. Also, Kerle. Wir müssen hier lang. Go, 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 go. Alter! Hui! Hä, war ich da nicht grad? Dumme Treppe. Egal. Hat die Treppe dir was getan, Flo? Ja, die tritt sich alles rum und will nicht so, wie ich will. Oh mein Gott, wir sind wieder hier. Habe ich doch gerade gesagt, dass es so ist. Aber das ist die richtige Festung. So, jetzt müssen wir hier eigentlich warten, bis wieder ins Skelett. Stimmt. Aber das war da hinten, das weißt du schon. Nee, hier... Wenn wir hier langlaufen, doch... Halt dein Maul und kein mit. Du mal zwei, so Kreuzungen, die zwei so einander sind. Du, hier ist ein Spawner. Nein, weg hier. Ach, Spawner können wir nichts. Gar normalalalalalalalalalalalalala. Hier sind zwei Spawner gleich nebenan. Töten, töten, töten. Abbauen, abbauen, abbauen. Oh, ich stehe in der Flamme, ey. Direkt drinnen, ey. 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 Hey. Hey. Ich glaube, ich sehe ein Nitter-Skelett. Ja, da hinten ist einer. Nitter-Skelett. Ich habe ihn, ich habe ihn. Hast du einen Kopf? Was? Das geht... Ja. Genau, weil du ja jetzt einen Kopf hast. Wenn du noch dagegen kämpfst. Der ist doch schon weg, Junge. Aber du hast gerade noch dagegen gekämpft. Ja, jetzt gerade noch. Vorher nicht mehr. Geht bloß weg, Blaze. Oh yeah, der ist gerade gespawnt. Wie unwahrscheinlich ist das, dass man so einen Kopf kriegt? Hey. Wahrscheinlich unheimlich. Wahrscheinlich unheimlich. Unheimlich unheimlich. Ich habe die mehrere. Es sind hier vier Stück. Wer kämpft gegen die vier? Schaffst du ja, ne? Ja, das ist ja kein Thema bei mir. Das ist ja für mich. Weil du bist ja Chuck Norris. Nein, ich bin Wabbo King. Maxi. Die lassen nur Kohle fallen. Wie blöd ist denn das? Dette. Vendette. Dette? Dette, hätte Fahrradkette. Hätte, hätte Fahrradkette. Hätte, hätte Fahrradkette. Hätte, hätte Fahrradwette. Ach ja. Jetzt habe ich gerade gedacht, das ist ein Creeper. Aber ich sehe dich einfach nur. Ich dachte mir so, oh, das ist einfach jetzt hier Creeper. Never Creeper, kennst du das nicht? Ähm. Was ist denn das für ein komisches Missgeburt, was da gespawnt ist, ey? Rede nicht immer von dir selber. Mit das, das Merre mit der Köpfe. Merre. 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 Bestes Wort, ein Murderer. Hey, bist du ein Murderer? Äh? Bin auf den ihre Höhe. Ah, okay, da geht es ja auch noch lang. Ah. Ehe. Okay, da geht es doch nicht weiter. Ich verstehe es nicht mehr. Wo sind die? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ah, okay. Ah, nein, 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 nein. Jetzt sehe ich es gerade, wo es lang geht. Uh, war das knapp, ey. Bitte lass es keine normalen Skelette sein. Bitte. Das ist eine lange Weile gerade. Hast du eigentlich ganz im Mittelkopf gekommen, dass ich hier war? Hä? Nicht darunter, nicht darunter, nicht darunter, nicht darunter. Das ist ein ganzer Angst. Ja, darunter, ja, darunter, nicht darunter, nicht darunter, ja, darunter. Darunter, darunter, darunter. Bis dich, Junge. Was? Mach doch nichts. Was? Börderer. Uh. Ja. Du hast ein Loch in der Wand, ne? Ein kleines aber nur. Ganz, ganz, ganz kleines. Kommen da einfach fünf Widow-Skelette runter, ey. Das war ein bisschen übertrieben, aber so habe ich mich gerade gefühlt. Es war nur einer. Ne, es waren zwei. Oh, nein, ich bin tot. Hör mal. Wie viel Pech ich einfach nur hab, ne? Oh mein Gott. Kann ich auch Dings machen? Weg machen, ja. Aber aus einer anderen Dimension, okay, cool. Ja, kannst du. Und neben mir ist halt auch noch Feuer, ne? Es kann sein, dass ich jetzt... Und tschüss. Aufzug nach unten. Ja, die Widow-Skelette kann ich mir jetzt da abschüllen, weil wir sind dies geworden. Treffst du dich eigentlich? Ab und zu. Boah, shit, 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 shit. Boah, habe ich mich erschrocken. Richtig. Was denn? Macht doch nichts. Nein! Ah! Wo sind wir nochmal hochgekommen? Oh, da ist er auch runtergefallen, ne? Karma einfach nur. Einfach nur Karma. Wow! Ja, hast du Erde? Gib mir mal kurz Erde. Ich wollte eigentlich essen und mich ein bisschen ransneaken, habe dann vergessen, dann noch zu sneaken. Ich habe aber nur elf Erde. Ah, ich muss noch ein bisschen hoch. Inf-Erde. Infinite Erde. Inf-Infinity Erde. Man, das war jetzt echt voll Pech. Weißt du, das Blaze schießt normalerweise immer den ersten Ball daneben. Immer. Und diesmal trifft er einfach gleich mit dem ersten Schuss. Und deswegen bin ich ihn da runtergefallen. Hätte er eine Sekunde später geschossen, hätte ich mich noch retten können. Ja, immer diese Annahmen, dass die Annahmen Annahmen sind. Hasse Blazes. Warum gibt es die überhaupt im Spiel? Die sind voll unrealistisch. Oh mein Gott. Ich bin richtig dumm. Ich wäre jetzt schon wieder gestorben. Ja, fast schon wieder gestorben. Und was diesmal? Wieder dieselben Blazes. Anderselben ständig. So lässt sich's leben, ey. Was machst du da oben bei mir? Ich versuch mich hochzubauen. Weil, ich muss ja gucken, dass ich meine Sachen wieder bekomme. Läuft bei dir. Das war eine gute Falle, gell? Ja. Ich hab gehofft, du springst mir hinterher. Ja, aber... Ich wollte das ja auch gar nicht. Das war ja nur grad voll Absicht. Voll Absicht? Ich wollte das nicht, das war voll Absicht. Äh, äh, äh. Aber ich hätte ja Gott sei Dank... Also ich hab ja jetzt wieder alles. Mir ist ganz viel Kohle. Weiß ich. Läuft. Ich mach doch nix. Du gehst doch. Nein. Ich mach nix. Krusch, krusch, ich mach nix. Ich bin doch zu Hause. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich brauch Steine, Steine. Ich würd sagen, wir sind uns in der nächsten Folge, Leute. Wir sind fertig für heute. Bis dahin. Tschö. Also mit dieser Folge. Tschö, tschö. Tschüss.